Bei uns in der Fachschule für Mechatronik erlangen wir in vier Jahren Kenntnisse in den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik und Informationstechnologie. Wir lernen, wie mechanische Systeme geplant, programmiert und gefertigt werden. Die Inbetriebnahme von mechatronischen Anlagen und deren Wartung ist ein wichtiger Bestandteil des Werkstättenunterrichts. An modernsten Maschinen erlangen wir das Wissen und die Erfahrung um die verschiedenen Fertigungsverfahren in unserem späteren Berufsleben anwenden zu können. Unsere Ausbildung ist damit eine gute Kombination aus Theorie und Praxis. Damit sind wir bestens gerüstet. Mechatronik ist ein Beruf mit Zukunft. Nach vier Jahren Fachschule ist die Ausbildung abgeschlossen und die Absolventinnen sind bereit für den Einstieg ins Berufsleben. Alternativ können Sie den zweijährigen Berufsbelehrgang besuchen, um die HTL Matura zu absolvieren und nach einigen Jahren Berufspraxis den Ingenieurtitel zu erhalten.